Servus, Grüezi miteinander, guten Tag und seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal die Tomatenernte erfolgreich erledigt. Tomaten an Nachbar Hall, also zu Bahal gegeben, der hat uns ein bisschen was gegeben, und jetzt gucken wir noch mal eben kurz, was wollte ich machen. Ich wollte eigentlich den Löwenjäger machen, also das ist jetzt in der Oase, weil ist gerade der Gegenüber von hier von Bahal ist, der wartet zehnsüchtig auf Löwenfälle. Gut, okay, Oase, wo bist du denn? So, die ist genau richtig links, also eigentlich in die Richtung und ich werde mal rüberfetzen, würde ich mal sagen. Dann werden wir mal schauen, ob wir hier in der Oase diesen Menschen finden. Übrigens ist doch richtig hier, oder? Hier ist der Obbe, ne? Kann das sein, dass sie oben ist? Hab ich das noch so in Erinnerung? Gucken wir mal. Oh, es ruckelt ein bisschen und da haben wir wieder so lustige Viechertjes. Ja, das sind ja ziemlich viele. Ich habe mich umgezogen, hab den Feuerregen aktiviert und werde jetzt mal folgendes probieren. Okay, dann können wir da hin und uns sichern, wenn etwas, also nicht zu nah herangehen. Und das werden wir... So, und weg. Gucken wir mal. Es kommen welche hinterhergerannt. Supi. So ist meine Strategie, dass ich dann hier schnellstens hochkomme. Ah, der hat mich noch einer erwischt und dann... Alter, habt ihr das hier sehen? So, jetzt muss ich aufpassen, sind noch hier irgendwelche. Ah, Moment mal, springen wir mal hier rüber. War doch mal was. Ach, da versteckt sich noch einer. Haha. Gucken, versteckt sich noch? Wer hier? Ne, das dürfte es gewesen sein. Ja, toll. Roland, ich dachte, du hast Akrobatik. So, Wüstenracer mal eben schnell looten, dann den da oben looten. Das geht das? Das geht auch von da unten. Und äh, sonst war hier keiner mehr. Ja, dann gehen wir mal hier wieder hin. Wird aber vorher abspeichern und was man fänden. Das wäre hier mitgemacht. So, jetzt gucken wir mal, wie viel noch über sind. Okay, da sind welche, die jetzt sind einigermaßen verletzt. Wo im Grunde genommen nur noch ein Pfeil ausreichen würde. Ich bin auf Feuerpfeil mir eben umgestiegen. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich irgendeinen von euch treffe, vielleicht biestern. Genau. Da kann sich nicht entschuldigen. Okay, dann nehmen wir den mal. Pieksen wir den in den Hintern. Speichern. Dann wären da noch vier übrig. Jetzt muss ich mal gucken. Die sind nämlich alle noch sehr gut im Futter. Ja, machen wir doch nochmal den Feuerregen, um sie zu schwächen. Wunderbar, los. Oh, nicht mich schwächen. Oh Mann, oh Mann. Nicht gegen den Baum rennen. Nicht kaputt gehen. Oh, es hätte so gut laufen können. Ja, mittlerweile haben sie mich nach dem Neueinladen von der Stelle, wo ich direkt dran war, haben sie mich doch tatsächlich sofort angegriffen. Ich habe mich wieder hier gerettet. Und überlege jetzt, wo sind die anderen? Hier waren nämlich eine ganze Menge. Hä? Okay. Dann nicht. Dann sind sie wahrscheinlich wieder zurückgespawnt. Ja, mir läuft das ein bisschen komisch. Sub, 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 sub. Wo waren sie? Wo waren sie? Vielleicht sind sie wieder zur Futterstelle. Ich weiß es nicht. Ja, ja, da sind sie. Oh ja. Da sind sie wieder. Jetzt lieber nochmal abspeichern. Ich kann ja auch nochmal den, äh, nicht den Unwälder, sondern den Flammenregen machen. Aber ich bin dafür, dass ich doch nochmal hier sicherheitshalber... Oh Mann, no matter. Also mal hier... Oh, die sind auch noch fix, die Tierchen. Los. Da bist du. So, das sind nur ein paar Treffer, die du brauchst, um kaputt zu gehen. Jetzt, wenn du mal die Richtung wechselst. Und was triffst. Das ist gut. Okay, dann haben wir dich auch schon mal. Warst du das? Du warst das. Perfekt. Ja, okay. Manchmal läuft's, manchmal läuft's nicht. So, da hinten sind nämlich noch zweier. Auch wieder. Ja, ja, so sieht das aus. Gehen wir mal der Sache mal ein bisschen hier von außen auf den Grund. Können wir gleich hier ein bisschen vorscouten. Hier ist nichts. Auf alle Fälle den verletzten Wüstenreser als erstes. Los, Mensch. Wunderbar. Oh. Ah, sehr gut. Der andere hat sich nicht angesprochen gefühlt. Das heißt, wir können in Ruhe mal die Munition wechseln. Also, machen wir hier mal so ein Feuerpfeilchen. So, und dann ein bisschen näher ran. Okay, und das heißt, auf Risiko gehen. Was war jetzt hier? Sonnenfinsternis? Ach, nee. Mitten im Kampf. So, die Wüstenreise hatten wir erledigt. Sehr schön. Was stand da denn eben? Da liegt ein Piepel. Morris ist tot. Zerknüllter Zettel vom Totensklaven. Diesen Zettel fand ich bei einem Totensklaven in der Nähe von Uga Uga. Dann lesen wir mal den Zettel. So, ich habe natürlich gestoppt, damit ich ihn hier umsuchen muss unter den gleich aussehenden Zetteln. Zerknüllter Zettel vom Totensklaven. Mal gucken, was drin steht. Wir flüchten erst mal in die Oase. Beim alten Steinhaus treffen wir uns. Jetzt müsste ich mal gucken, was war denn das jetzt nochmal für eine Quest. Geflohene Sklaven war es. Ich habe anscheinend einen der geflohenen Sklaven gefunden. Er wurde von einigen Razer... Einigen? Razer? Okay. Ist egal. Er hat einen zerknüllten Zettel bei sich. Auf diesem stand was von einem alten Steinhaus, wo sie sich treffen wollen. Das Steinhaus soll irgendwo in der Oase sein. Ich glaube, ich kenne das. Ja, dann speichern wir nochmal. Somit haben wir also alle vier Sklaven ausfindig gemacht. Und brauchen wir nur noch dem Sklavenwerte das zu erzählen später. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, ob ich das machen muss. Muss ich das machen? Fragezeichen. Ich habe jetzt einen schwarzen Blumer gesehen. Der wirklich schwierig sein wird. Gucken, habe ich noch mal einen Pfeil. Panther. Schwarzer Panther. Mal gucken, ob ich ihn denn mit dem Feuerfall schon ein bisschen gut anbrutzeln kann. Ne. Der hat ein dickes Fell. Das geht gar nicht. Der hat ein dickes Fell. Na, das wird auch nicht viel. Deswegen eben schnell kurz mal zum Schwertchen greifen. Und versuchen, den Panther noch ein bisschen hier zu verwirren. Bevor er mich verwirrt. Mal los. Jetzt hat er es. Super klasse. Der ist schon mal weg. Ich werde mal abspeichern und vorher was trinken. Und so wie ich das sehe, befinden wir uns direkt vor der Oase. Wenn nicht hier noch ein Panther ist. So, hier geht es natürlich nach Uga. Und da hinten steht wieder einer. So wie ich das sehe. Das ist ja diese eine Sklave da. Steinhaus ist hier. Denke ich mal, dass es das Steinhaus ist. Aber da sind noch zwei Panther vor uns. Ja, nicht gerade toll. Schauen wir mal. Feuerregen. Lässt sich da was machen? Da hat sich nicht viel getan. Ich war wohl nicht naht genug dran. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich weiß, es wird knapp. Wenn ich nicht vorher was getrunken habe. Einen Heiltrank. Ne, das ist glaube ich kein... Das ist ein anderes Steinhaus. Was war das? Wer hat denn da gelabert? Okay, hau rein. Hau rein, Roland. Hau rein. Aber nicht nur ein Panther. Okidoki. Jetzt wäre es an der Zeit, mal wirklich was zu trinken. Ich habe eine Stimme gehört. Und deswegen werde ich mich mal wieder neutral anziehen. Was haben wir denn da? Das ist alte Adeptenrobe. Wo war denn jetzt das andere Vieh? Das habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe nämlich in meinem Inventar noch eine Assassinenhändlerkleidung. Und eine Assassinenkleidung. Ja, das ist natürlich selbstredend. Und welche wir dann wieder anziehen müssen. Ja. Und jetzt gehen wir mal in die Nähe von diesem Steinhäuschen, wo ich eine Stimme gehört habe. Wobei ich nicht glaube, dass die reinkämen, oder? Die kommen hier rein. Clark. Hey, are you a Clark or a Clark? Komm Clark, sag was. Hallo, was machst du denn hier an diesem Ort? Bitte verrate mich nicht. Du bist also ein entflohener Sklave. Wo sind deine Freunde? Ich weiß es nicht. Wir mussten uns schon zu Beginn trennen, weil einige dieser Razor hinter uns her waren. Ich vermute aber, dass es meinen Kumpel Morris bereits erwischt hat. Aber genaueres weiß ich nicht. Und Spike und Wilbert, keine Ahnung wo die sind. Hm, und wie geht es jetzt weiter? Wenn ich das nur wüsste. Eigentlich wollten wir zu den Nomaden fliehen. Aber allein traue ich mich nicht weiter. Nomaden? Hier oben? Wo sollen die denn sein? Tja, wenn du mich so fragst. Irgendein anderer von uns hatte den Plan, zu denen zu entfliehen. Aber wer? Ich weiß es nicht mehr. Daher kann ich dir auch nicht sagen, wo die Nomaden stecken. Hinter der Oase jedenfalls. Okay, Clark, hast du noch was zu sagen? Och, nö. Ich bin mal gnädig. Ja, ähm, haben wir denn noch einen Eintrag bei diesen, ähm, geflohenen Sklaven? Ich habe alle entflohenen Sklaven gefunden. Morris ist tot. Haben wir ja gesehen. Die anderen drei, Wilbert, Clark und Spike, wollen zu einem Nomadenlager fliehen, das sich hier oben in den Bergen befinden soll. Außer dem toten Morris kennt nur der Sklav Pete. Der Rimm, äh, ach so, der im Lager zurückgeblieben ist, das versteckt der Nomaden. Ich muss mich entscheiden. Entweder ich bringe die Sklaven zurück nach Uga oder ich helfe ihnen. Dann aber sollte ich am besten so gleich mit diesem Pete reden, der sich im Erzlager in Uga befindet. Ja, liebe, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ähm, ich bin eigentlich ein guter Mensch, also, was hat nie... Der Roland ist jetzt ein guter Mensch und, äh, ich würde mal sagen, wir werden mal mit diesem Pete reden und, äh, einen Sack mit Korn mitnehmen, auf jeden Fall. Das brauchen wir mal. Und mal gucken, was hier unten eigentlich los ist. Was ist denn hier los? Speichern? Jep. Lass mal hier eine Wasser anlegen. Nachher sind irgendwelche komischen... Ach, es ist... Was ist hier los? Ach, ach, das ist nur so ein Kellerraum hier, so ein... Salpeter. Salpeter. Hm. Also, hier liegt ein bisschen Zeug rum. Hier war hier wieder geweihtes Wasser. Und wo ist denn dieser ungeschliffene Amethyst? Den habe ich nämlich noch nicht... Ach, da ist er. Mhm. Den habe ich da noch nicht aufgehoben. Ähm, was war hier noch in der Nähe? Sonst nichts. Leere Wasserflasche. Oh, was war das? Alte Münze. Krautstampfer. Und wie kann er sein? Eine schöne alte Münze und noch eine alte Münze. Ich will aber die Truhe öffnen, die zu knacken ist. Ist klar, ne? Okidoki, 15 alte Münzen. Dann kann ich die ja wieder hier für billig Geld an den einen Händler auf, ähm, na, wie heißt das, Onas Hof da verkloppen. Ja, klack. Ähm, also. Wenn ich schon in dieser Oase bin, dann sollte ich doch mal gleich mal hier, äh, den Löwenjäger suchen. Nicht, dass ich dann, äh, naja, ich rede von Wegzeitoptimierung. Mal gucken, ob wir den irgendwo finden. Läuft das hier alles? Läuft alles. Wunderbar. Und, äh, hier haben wir wieder ein Feuer. Oder was ist das? Ach, nun mal ein Feuerpfeil. Da ist nichts zu wohl. Ja, die haben wir auch, wunderbar. Haben wir hier noch einen Brunnen. Hier waren wir ja ganz zu Anfang, ist mir aufgefallen. Hier gibt es ja noch ein bisschen, ja, so ein paar Weidenbeeren. Hab ich noch gar nicht aufgelesen. Das ist doch eine Oase. Das ist eine Riesen-Oase, ist das. Ich nehme mal hier in das Grüne hinein und werde mal, äh, noch ein bisschen hier die ganzen Goblinbeeren, oh cool, das ist immer gut, äh, hier die ganzen Kräutertjes und sowas einsammeln im Off und dann melde ich mich wieder, wenn ich hier eine wichtige Person getroffen habe. Und ich habe zwar keine wichtige Person getroffen, aber es sind irgendwelche Peoples oder irgendwelche Tierchen, ja, Löwen hinter mir her. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Was ist da nun mal? War zu nah dran. Ah, Mist, ich müsste Mana, mich mit Mana noch ein bisschen besaufen, ob das was wird. Ist das jetzt nur noch eine Löwin? Hat sich die andere Löwin abgesetzt? Na, okay. Risiko. Oh, weia. Na ja, es ist nur noch eine Löwin. Es ist nur noch ein Roland da. Oh, die kranken, ey. Okay. Wunderbar. Ich sollte besser auf der Hut sein. Schauen wir mal. Dann dürfte da hinten auch noch. Also wenn es da Löwinnen gibt, ja, oder Löwen. Dann dürfte auch dieser Löwenjäger nicht weit sein. Wo meine... Wo ist sie denn hin? War doch hier in der Nähe. Ah, ich habe meine Weitsicht. Da hinten ist er. Ich habe meine... Oh, da sind jede Menge. Okay, ich habe meine Weitsicht ein bisschen fern. Ne, wegen dem Ruckeln. Aber um 10%. Oh, yeah. Komm ich da umrum? Das weiß ich jetzt nicht. Weil ich meinte im Augenwinkel eine Höhle gesehen zu haben. Gucken. Na, Pussis, bleibt mal schön da an der Stelle. Und ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass ich diesen Löwenjäger finde. Keiner da, keiner... Was ist das? Wüstenschattenläufer. Ah. Damit ich mit ihm einen Deal eventuell eingehen kann. Vielleicht sagt er ja, komm, lass uns Löwen jagen. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Sorry, Leute. Da ist noch ein Panther. Allweia. Aber kein weit und breit. Kein... Tat, 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 Tatmohr, Taddeus. Ich weiß es, die Namen sind für mich eh Scheilung drauf. Aber kein Löwenjäger zu sehen. So. Wieso sage ich nicht das gleich so? Ja, Wüstenschattenläufer. Schöne Sache, das. Vielleicht befindet sich ja der dahinter. Der Löwenjäger. Kann mir nie merken, wenn ich mit einer Nahkampfwaffe rangehe. Und ein Schattenläufer oder... Nein, nie so viele. Nee, das wird doch nichts. Eins, zwei, drei, vier. Sichtbare Schattenläufer. Fünf. Oh nee, Leute. What? Nu? Ich habe nur noch ein Feuerregen. Was habe ich hier? Eiswelle. Dass die irgendwie... Ich weiß es nicht. Andere Globalsprüche habe ich leider nicht. Zum Beispiel. Doch, ich habe noch, glaube ich, ein Un... Nee, sechs Unwetter. Komm los. 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 Machen Unwetter jetzt. Auf Risiko. Hoffentlich. Ja, das braucht wohl ein bisschen, was? Wieso hat es den nicht erwischt? Den anderen hat es erwischt. Mange, Mann. Hart, 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 hart. Hart ist der Zahn der Biberratte. Nee, des Wüstenschattenläufers. So, da hier in der Nähe kein Mensch zu vermuten ist, werde ich mich auch mal wieder ein bisschen besser rüsten. Dann schauen wir mal. Wie sieht es denn eigentlich hier mit meinem Mana aus? Ja, das sollte ich vielleicht eventuell noch mal auffüllen. Auch das muss gemacht werden. Oh, ja. Supi. Ja, und da sie alle noch am Schlafen sind, kann ich mich ja erstmal hier vorsichtig daran wagen, um den Wüstenschattenläufer zu looten. Yep. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich die anderen schwächen soll oder gar nicht schwächen soll. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, hochzuklettern, die dann eventuell zu schwächen mit Unwetter und dann irgendwie... Aber die sind ja auch ziemlich fix, die Teile. Nee, das sieht nicht gut aus. Nein, hier habe ich überhaupt keine Chance. Es wird dann wieder hier so eine Suizid-Geschichte oder ein Kandibanist. Nein. Aber wie heißt denn das hier? Kamikaze. Ah, ich speichere erstmal ab. Das wird doch wieder so ein Kamikaze-Ding. So. Ein bisschen Unwetter wirken. Das hat wohl nichts gebracht. Gabi oder was? Nee, hat nichts gebracht. Soll eine Nummer. Na ja. Dann haben wir erstmal einen erledigt. Muss ich die anderen auch so erledigen. Was soll's? Bevor das hier eine unendliche Geschichte wird. Mal im Schlaf überraschen und so. Dann machen wir folgendes. Sie werden immer... Da renne ich. Nee, er rennt wieder nicht. Mann, na, 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 na. Jedes Mal das gleiche Spül. Zack. Okay, jetzt da war ich. Ich entscheide mich erstmal für den rechten. Und zwar im Schleichmodus. Hat den Vorteil, dass wir ein paar Hiebe besser hiebeln können. Und der andere dann halt eben uns von dem anderen entfernen. Falls er dann aufwacht. Können wir den düsten Schattenläufer dann hier an die Mauer drängen. Oder auch nicht. Oh, der bleibt liegen. Der andere bleibt liegen. Der bleibt liegen hier. Gut, okay. Machen wir mal wieder hier rüber. Essen und speichern. So, wer war denn das? Warst du das? Nee. Nein, der ist es. Oh, scheiße. Du sollst dich so blöd ausholen, Roland. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, okay. Da werden wir jetzt hier erstmal diesen wüstigen Schattenläufer mal erwischt. Dann gehen wir mal weiter. Und scouten vorsichtshalber noch mal. Ob wir hier... Ach, da brennt was. Ach, ein Feuerteufel brennt dann. Na super geil. Ein Feuerteufel brennt da. Feuer mit Eis bekämpfen. Und ich versuch's mal. Ähm, reicht die Mana-Geschichte eigentlich? Nee, reicht's nicht? Reicht nicht. Hätte ich mal vorher was essen sollen. Okay. Mal da auffüllen. Da haben wir Glück gehabt, dass der nicht so störrisch ist und einfach hinter mir herballert. Ach, Leute, wo ist denn... Ja, so los, komm. Jetzt aber. Ah ja. Der pennt aber auch, ne? Ich versuch's mal von hier aus. Aha, okay. Den hat's gefroren. Und dann brauchen wir ihn mal kaputt hacken. Feuerteufel on the rocks. Mein Gott, das bringt ja gar nichts hier. Äh, nur was Beklopptes. Was weiß der Toad jetzt auch und dann kann ich weiter drauf klopfen. Das ist ja oberlustig. Das ist jetzt sehr spektakulär. Ich hab jetzt... Nicht zu holen. Ich hab den Eindruck gehabt, dass er... Als er gefroren war, nicht so viel Abzüge hatte, als wenn er aufgetaut war. Hm. Die Speicher mal. Tja, von Tabor leider keine... Nein, du sollst bitte... Ja, genau, richtig. Von Tabor leider keine Sicht. Anstatt dessen bin ich hier... auf Panther und auf dieses Gebäude gestoßen. Welches natürlich nicht zu öffnen ist. Na, wie ist klar. Es sei denn, es ist wieder irgendwo ein Schalter. Obwohl, das vermute ich noch nicht mal. Oh, ich höre schon wieder... Oh, hinter der Tür irgendwelche Geräusche. So, dann lassen wir den Panther mal links liegen stehen oder sonst irgendwie was. Ja. Dann gucken wir mal weiter hier. Da hinten sind nämlich nur so komische Säulen da. Ja, genau. Upsi, Daisy. Gibt es bei den Säulen da irgendwas? Bei diesen hier? Hm. Sieht nicht so aus. Oder? Ja, ich glaube... Ah, ein Schalter. Womit denn? Hm, da braucht man wieder einen Gehgestand hier. Supergeil. Brauchen wir wieder Gegenstände. Vertrackt, vertrackt, vertrackt. Weiter gucken. Mitten in der Oase. Ja, ich befinde mich noch in der Oase. Tador oder Tabor. Ne, Tabor heißt der. Den suche ich schon die ganze Zeit. Aber ich... Moment, da hinten ist wer. Aber das ist doch nicht Tabor, oder? Auf die Gruppe sind wir doch schon mal vorher gestoßen. Schauen wir mal. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Alarm! Ja, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich bin dumm. Ich hab die falsche Rostung wieder an. Ah, je. Jetzt hab ich mich mal flugs umgezogen und schaue mal, ob ich immer noch aggressiv gewertet werde. Umsonst muss ich einen Tag warten oder zwei. Hallo, Freunde. Alles gut. Bis jetzt. Enrico. Ja, Enrico, den haben wir doch schon gesprochen. Aber mal schauen wir mal, ob wir hier noch eine Gesprächsoption haben wegen der anderen Sklaven. Nein. Nichts. Ach, es ist wieder so an der Zeit. Also ich muss das mal kalkulieren. Ich hab noch ein paar Fehlkämpfe gehabt. Ihr kennt das. Ja, mal ist es ein bisschen mehr als 30 Minuten. Mal ist es weniger. Ja. Ich geh nochmal hier in diese Richtung. Scoutinger. So, da ist Spiky. Oh, vielleicht soll ich den Spike mal quaken. Aber es heißt ja in dem Logbuch-Eintrag, ich hätte mal erstmal den Pete quatschen müssen. Pete traut mir nicht. Okay. Ich wollte Pete fragen, wo sich die Nomaden befinden. Aber er traut mir nicht. Und was machen wir jetzt? Das wollte ich dich gerade fragen. Hast du keine Idee, wie wir ihn überzeugen können, dass ich es ehrlich meine? Du bist gut. Ich bin mir ja selber nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Tja, dann... Warte mal. Ich habe vielleicht eine Idee. In Uga wird die Tochter eines Nomadenführers gefangen gehalten. Ihr Name ist Tamara. Ich bin mir fast sicher, dass Pete von ihr erfahren hat, wo sich die Nomaden befinden. Rede mit ihr. Vielleicht hilft sie uns ja weiter. Okay. Also ich hatte schon mit Pete gesprochen. Hatte ich zwar, aber später habe ich ja mit dem... Gucken wir nochmal eben nach hier. Sklaven, Sklaven, Sklaven. So. Spike hat mit dem Rat in Uga. Das haben wir eben gehört. Aber alle entflogen, ob es ist tot. Das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ich mache hier für diese Folge Schluss. Schreibt mir einen Kommentar, gebt ein Like und wir sehen uns dann wieder. Ciao. Untertitelung.